Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von One Piece Bluying Blood. Ich bin ein gutes Sachsi und wir werden heute weiter mit den Steckbriefe beschäftigen, mein Lieben. So, erst mal, Reily doesn't want to win. Steckbriefe nochmal. Ich habe heute überlegt, machen wir heute was anderes. Ich habe gedacht, machen wir eine spezielle Steckbriefe. Sind viel härter? Ich denke, hä, wieso sind die viel härter? Sind schlimmer? Das auch. Sind auch schlimmer. Abwenden von Aston Ann. Der hat 10 Sterne, 10 Schwierigkeit, die glaube ich höchste. Wieso? Es ist klar, wir haben nur ein Charakter gegen das ganze Team. Also normalerweise Ruffy gegen diese drei Charakter. Wir haben ja, müssen wir den da und ich glaube haben wir ja zwei Unterstützer können wir nehmen. Ich werde natürlich Dünne und noch eins nehmen. Ich glaube nämlich Lolla. Lass die Spiele beginnen. Gegen all die Feinde. Ja, Engel. Uh, das wird im Peace. Scheiß. Gegen die Zweifel der Kämpfer, aber Engel wird die Gruppe. Genau. Ich bin ebenso. Genau. Ich bin bestimmt nicht mehr, wenn ich dann lege, wenn ich mehr Ich bin einfach, es gibt mir den Kopf, ja ich bin was. Ich bin immer noch nicht. Du das kannst, ich bin einfach. Du bist! Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. die sande sogar eine habe nicht geschafft wiederholen so Der hat gesessen. Näher. Einer dort. Nein. Schauen wir diese Smoker Crocodile. Einer da. Das war's für heute. Aaaaaaah! Komm, komm! Nein! Der kann überhaupt nicht ausweichen. Ey, wieso? Eieieie! Eieieie! Dja! 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 mit engel hat gut funktionieren aber wenn man wechsel immer kacke was ist denn für scheiß Alla Don't go! Nein, das ist ein Niemann. nein war mir klar eher verfallen naja die beste ist ja 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 Komm! Scheiße! Super! Die haben sich abgewechselt! Oh, keine habe ich überhaupt nicht geschafft! Oh, das war nice! Oh, was ist das? 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 Ja, getoppt! Nach 13 Minuten habe ich es endlich geschafft! Wow! Echt! Hammer, krass! Ey, da muss man echt verdammt überlegen, wie man kämpft! Sechs! Es! Es! Am Arsch! Alter, ich habe das geschafft! Also Leute, ich werde sagen, ich habe gesehen, welche Niederlagen für meine Anfänger, wie schwer ist das? So Leute, ich werde nicht ohne schneiden und zeigen, wie die gesuchte Spezial sind schwer! Also Leute, ich werde sehen, wir sehen uns im nächsten Video! Bis nächsten! Seid gut! Seid gut gelaufen! Und zeig nicht zu viel! Ciao! Ciao!